Eine schlankere Figur ist nicht nur eine Frage der Suche nach Schönheit. Das eigene Wohlbefinden durch Gewichtsabnahme zu steigern, umtreibt viele Menschen in Deutschland. Die Gründer von CoolPerfect bringen dafür einen ganz neuen Ansatz. Also das Besondere an unserem Produkt ist, dass wir in einem Markt eindringen, der relativ neu ist noch in Deutschland, die sogenannte Kryolipolyse, Fettreduktion durch Kälte. Und dass wir nicht nur die Kryolipolyse haben, sondern mehrere Module, mehrere Bausteine, um ein ganzheitliches Konzept den Kunden anzubieten, um das Fett zu reduzieren. Die Kryolipolyse ist eine innovative Technik, bei der Fettzellen auf Minusgrade abgekühlt und im Laufe weniger Wochen natürlich aus dem Körper ausgeschieden werden. Zusätzlich zu diesem Kernprodukt hat CoolPerfect auch weitere Ansätze entwickelt. Neben der Kryolipolyse haben wir die Stoffwechselkur, ein eigenes Diätprodukt, was den Kunden 8-12% Fettreduktion in 27 Tagen generiert. Die Angebotsvielfalt haben die Gründer durch einen passenden Marketingmix flankiert. Die noch geringe Bekanntheit der schonenden Methode Kryolipolyse stellt dabei noch immer eine besondere Herausforderung. Das heißt, wir müssen viel Aufklärarbeit machen. Wir haben eine eigene Internetseite, wir machen AdWords-Kampagnen, wir haben ein eigenes Magazin, wir bespielen Facebook, Social Media und wir haben umfangreiche Erklärvideos erstellt. Und der wichtigste Kanal für uns ist, glaube ich, das Empfehlungsmarketing. Denn nur der zufriedene Kunde empfiehlt einen weiter. Am Ende steht nicht nur ein schlankeres Deutschland im Fokus der Gründer von CoolPerfect. Auch gesundheitliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Alleine letzte Woche durch die Stoffwechselkur hat jemand, der Diabetiker war, der sich bis dato immer gespritzt hat, hat durch die Stoffwechselkur nicht nur 16 Kilo verloren an Fett. Er muss sich auch jetzt nicht mehr weiterhin spritzen. CoolPerfect hat sich mit einem durchdachten Konzept in einem sensiblen Markt etabliert. Damit haben seine Gründer eine Tackennominierung sicher. Weil wir aus unseren einzelnen Produkten die Kryolipolyse, die Stoffwechselkur, die Lymphmassage, die Stoßwelle, unsere eigenen Ernährungsprogramme ein Komplettpaket gemacht haben und ein Gesamtkonzept entwickelt haben, was es so in der Art und Weise in Deutschland oder in Europa nicht gibt.